PENANY! 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 Okay, komm, gib uns das Voting, Bruder. Ja, Mann. Wotz bei Rot, gib uns das Voting, alle. Wotz, mach ein Voting. Entweder Chief Keef oder K-Block. K-Block, keine Ahnung, wie er heißt. Dicke, wie kannst du... Ja, 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 ja! So, so, so! Komm, 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 komm! Macht das ehrlich, Jungs. Welches besser war, war besser. Fertig. Ja, okay. Er war besser, dein... Deine war besser. Aber dein Song war auch ein L, Digger, sag ich. Aber ich weiß nicht mal, was ich bei dir gepickt hätte. War von uns beiden eine schwache Runde, würdest du sagen. Okay, Tama, bin ich ganz verstanden. Ja, 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 100%. Aber, hört mir zu, was ist das nächste, was ich habe? Das nächste ist Migos, Bruder. Ich hab einen Song. Welchen hast du? Jetzt musst du anfangen, komm. Ja, mach Übertragung. Ist an, übertrage ich die ganze an. Get... ...Ride... ...Witcher. Welches? Migos? Gib mal einen oben. Ja, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich, warte hier. Welches lieb? Get... ...Ride... ...Witcher. Ah, Get...Ride... ...Witcher, okay, okay, okay. Okay, Chat. Roat hat Migos, Get...Ride...Witcher, okay. Jetzt seh ich die Übertragung nicht richtig. Ah, doch jetzt. Yeah, yeah. Was passiert? Ne. Doch. Was? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Tough Pick, Tough Pick. Ich sag ehrlich, Tough Pick. Was hast du nochmal auf zwei? Tough Pick, warte. Ich habe... Nicki Minaj. Ich hatte Nicki Minaj, Bruder. Und jetzt die Frage halt, ne? So... Wie ist so dein Chat gestimmt zu Nicki Minaj? Ich hab... Ich hab halt einen... Wie soll ich sagen, Bruder? Ich hab halt einen Classic genommen. Ist ja gar nicht. Super Bass. Was guckst du so, 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 so verstört? Ich frag mich, was bei Nicki Minaj kommen soll. Ja, guck. Super Bass, Bruder. Hör zu. Mach dein Ohr noch. Drei, zwei, eins, rein! Voting. Voting, haut raus. Das schnell hinter uns bringen hier. Ach so, diese mit, mit, mit Manipulation? Okay. Nein, nein, Bruder. Also, ja, ne. Ich hab noch nicht mal gesagt. Sondern schon bei 85% gewesen. Dass das Ding klar tot ist bei Nicki Minaj, ist klar. Du hast sie doch zum Hund gemacht. Ja, ich küsse dein Herz. Du hast sie zum Hund gemacht. Ja, was willst du mit Nicki Minaj erreichen? Kann das noch flippen, Chat? Das kann doch flippen. Ja. Ja. Die Schnauze, Digga. 90%, Bruder. Mann, hast du dich gefickt. Egal, 1-1. Egal, 1-1. 1-1. Ist okay, valid. Gebe ich. Gadry Witcher war ein guter Pick. War ein guter Pick. Okay, warte mal. Wir haben... Wir sind jetzt bei drei. Jetzt fängst du wieder an. Ja. Genau, jetzt bin ich wieder dran. Okay. Wir haben jetzt SSIO gegen Rin. Ich hab SSIO und... Vorab welchen Pick hättest du genommen bei SSIO so? Ich weiß nicht, Bruder. SSIO ist so, keine Ahnung. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Warte mal. Ich muss durch sein Spotify gehen. Warte. Muss ich kurz mal gucken. Bei SSIO, was ich gepickt hätte? Ja, genau so. Vorab. Ich hab meinen Pick. Ich muss den ja leben. Ich hätte bei... 0,9 gab's einen Song... Ich hab auch direkt bei 0,9 geguckt. Ich hätte, glaub ich, einfach... Ich glaub, ich hätte... Ja, 0,9 ist Dings... Äh... SSIO tot, Digga, sag ich dir ehrlich. Danke. Danke. Ich war... Bruder, ich war komplett lost. Aber ich hab ein Lied gefunden und ich sag auch... Das ist so das Lied, was ich so... Wo ich sage, nehm ich so. Super Ding, super Ding. Testo eh SSIO. Ja, den kann ich auch noch. Den hab ich damals mal gehört gehabt. Der ist sogar valid. Der ist sogar valid. Okay, was kommst du bei RIN? Ich hab zu RIN, ne? Ja, Bruder. Nimmst mich spüren. Dann haben wir... Geh mal auf Eros. Ja, RIN, Eros, okay. Dann geh mal auf das Album. Geh mal ein bisschen runter. Monika Bellucci, wa? Nein, nein, nein. Aretha Franklin? Nein, nein, nein. Du ahnst ja gar nichts. Kommt da jetzt. Dizzy Rascal Type Beat. Dizzy Rascal Type Beat. Ja, Mann. Das ist der Song. Der guckt doch so mit dem linken Auge ins Channel. Du Dreck, okay. Ja, ja, ja. Wir gehen rein in Dizzy Rascal Type Beat. Wenn ich daran gehen müsste, welchen Song ich eher hören müsste, dann würde ich... Weiß nicht. Bei SSIO. Es gibt zwei Songs, die ich von SSIO höre. Aber RIN... Ey, Motz bei Rott, Abstimmung, Bruder. Komm. Bei RIN... Bei RIN habe ich am Anfang überlegt, RSVP zu nehmen. Aber RIN hätte so viel mehr nehmen können, Bruder. Mach mal an. Nochmal das Lied? Oder warte, willst du es jetzt? Ich schieße flossen. Kann viel nicht auf mich stellen. Kann viel nicht,uate at me? 3 Millionen Views oder so. Nein, nein. Hast viel Zuspruch bekommen von meinen Leuten. Das war ein W-Pick, gebe ich, wirklich. Hatte ich auch gar nichts auf dem Schiff. Stark. Stark. Okay, jetzt muss ich... Das war ein W-Pick. Das war ein W-Pick. Okay, ihr könnt abstimmen, komm. Das war so diese ohne Asthma-Gerät und so, dieses ohne Atmen. Boah, das wird eng, das wird ein enges Ding. Ich sage aber ehrlich, für mich das beste Battle bis jetzt gewesen. Beste Battle bis jetzt gewesen, Chad. Das Ding ist... Also es sind beide sehr ähnliche Songs, die in die Fresse gehen, ne? Nee, das ist das Ding, das ist das Ding. Wir beide auch nicht so mit Matchroom-Songs. Krass. Kann noch flippen. Aber ich sage ehrlich, dadurch, dass dieser Song-Headlock so... Also so wenig Leute den kannten, ja, ja. Er kam so aus dem Nichts, deswegen. Okocha-Kenya-Paar. Ja, Okocha muss man kennen, ja, ja. Ah, ja, 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 okay, krass. Ja, muss ich geben, muss ich geben. War ein W-Pick, ich kann mich nicht ärgern. Das war wirklich ein guter Pick, ja. Weil man hat es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, gebe ich. Ja, ist aber auch Lil Wayne, Bruder, ne? Das darf man nicht vergessen. Ok, ey, nächster Punkt geht an... An, 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 ähm... Bro-Head. Ok, warte mal, steht 2-2, ne? Ja, genau, entscheidende, entscheidende Runde. Ok. Du hattest Popsmog, ich hatte, äh, Ding, ich hatte, äh, 21 Savage. Ok. Ich muss anfangen, ne? Ja. Ah, ich, Bruder, ich muss fragen, weil es mich immer so interessiert. Was hättest du genommen bei 21, Bruder? Ist ja gehrlich. Hm... Mies-schwer. Nein, nein, nein. Also, ich hab, ich hab direkt leicht gefunden, aber so. Es gibt halt zu viele Gute. Äh... Also, ich hab mein Ding hier. Boah, ich glaub, ich hätte genommen... Ball... Witcher... Oder... Hm... Ich weiß nicht, aber... Overall, mein Lieblingssong von 21 ist auch, ähm... 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 Ja, Bruder, setz dich mal hin, ich küsse dein Herz. Ich hab'n Neurath genommen. Can't live without it. Ja, ist auch gut. Ist doch nicht mit Gana drauf sogar? Ja, Bruder. Und jetzt mit, mit, mit Timestamp sogar diese Tryhard, kennst du? So, gib ihm. Can't live without it von 21 Savage, Bruder, setz dich hin, er sagt, The Ball Witcher... Na, 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 na... Er hat nicht mehr auf, ohne dieses mit Astla und so, Bruder, er zieht durch, impress... Ja, ja, ja... Boah, okay, jetzt... Aber weißt du was, ich hab dich die ganze Zeit gefragt, was du bei Popsmoke genommen hast, komm. Mit meinem Popsmoke? Ja. Mit meinem Lil TJ? Hast du War genommen? Nee. Hast du Mannequin genommen? Ja. Ist auch mein Lieblingssong. Echt? Ja. Ich sag, ich hätte Flexin genommen von Popsmoke, aber geh rein, okay, Mannequin, komm. Ja, aber Chat war eine gute Runde, ich sag ehrlich, ich war eine gute Battle dabei, so, also für die Rapper, die wir hatten, weil ich stell dir das ganz vor, wir hätten auch so Cardi und so gehabt, Bruder, ja? Ja, Cardi hätte ich glaube ich... Ausgleich war süchtig. Hättest du Cardi genommen? Du hättest Over genommen. Du hättest Over genommen. Weiß ich nicht. Ich hätt Over... Ja. Nee, das war schon, ich sag so, der Chat hat schon fair gevotet, muss ich sagen. Chat war ja, war ja 2-2, also. War ja 2-2, das war schon fair gevotet von, äh, dem Chat. Ja. Welches Song würdest du eher hören? 21 oder Dings? Mannequin. Bruder, ich bin größter Popsmoke-Dickrider. Ja, siehste. Seid ihr beim nächsten Mal da? Ja. Wir machen beim nächsten Mal Song-Erraten gegen Roa, da fick ich den, das kann er nicht. Ich will talk. Kennst du, es gibt so eine extra Seite, Whisper-Fileside-Neustim? Ja. Du machst eine Playlist rein und dann läuft 5 Sekunden ein Song. Ja, dann mach meine Playlist rein. Ey, Freunde, ich hoffe euch hat das ganze Ding gefallen, ich küsse eure Herzen. Bruder, ich muss doch irgendwann gegen dich gewinnen, ja. Er hat wirklich noch nicht einmal gewonnen, ne? Ja, Bruder, bei ihm einmal im 20-Tage-Sub-Marathon-Stream da, Bruder, und jetzt hier, ja. Das bricht mich behindert, sag dir ehrlich. Aber ey, an Roa hat seinen Chat, ihr habt fair gevotet, sag ich ehrlich. Ich dachte jetzt, die D-Graden und so machen diese so. Aber geil, ey. Ja, Mann. Ähm, lasst ihm wieder einen Kommentar, ein Abo da, checkt gerne Roat ab, falls ihr ihn noch nicht kennt und so. Ähm, und, äh, ja, auch danke an Roat, dass er mitgemacht war, Freunde, ich küsse eure Herzen. Ähm, lasst ihm wieder einen Kommentar, ein Abo da, wie schon gesagt, folgt auf Instagram. Checkt gerne KingCans ab, da kommen immer die Boxen pünktlich. Geile Boxen und so, OGs, diese Schokolade, Baba. Wenn ihr euch selber bestellt, kommt pünktlich, wenn ihr nachfragt, dann nicht. Bruder, ich küsse eure Herzen, lasst mir wieder einen Like oder Aux Battle, schreibt gerne mit wem als nächstes Aux Battle und haut da rein, tschüss. Bruder, locker Video für Montag, ist safe. Ja, Mann. Aber ey, frag mal deinen Chat, Bruder, ich weiß nicht, wie oft die das gemacht haben, sag mal ein Chat von Roat, war cool? Sagt ehrlich, komm mal. Ernst. War schon scheiße, oder? Sagt ihr Chat? Sagt ehrlich, sagt ehrlich. Ui. Sehr geil. Bitte nochmal, war mies cool, war cool. Ja, so will ich das sehen, Chat. Ja, guck. Scheiße, scheiße, kacke, war behindert scheiße. War nice, aber Daniel leider zu schwach. Eierleck, Junge! Er hat zweimal gespielt, zweimal verloren, Bro. Ja, ich weiß, den Chat, deswegen ist der Chat kann er mitreden, das ist halt das Geile. Ja. Spielst du jetzt Only Up? Ähm, was soll ich denn Only Up zocken? Hab ich doch eh schon einen deutschen Rekord, was soll ich denn noch machen? Ja, ich bin da schon durch. Die müssen neu leveln, ich sag ehrlich, findest du Only Up geiler, oder fandest du Ding besser? Fandest du Alter 4 geiler? Äh, Only Up. Macht viel mehr Spaß. Das Ding, hast du die Abkürzung mit der Drohne benutzt? Ja. Okay. Ja, mit wem rede ich hier? Äh, deutschen Rekord, ja ne, also, mit wem will er gerade reden, Chat? Da hast du recht, das. Ey, Chat, ich hab irgendwie Bock, ähm, auf NBA 2K zocken, aber ich hab ein scheiß Bild. Oh, das, Bruder, weißt du, wie Bock ich aufs nächste 2K habe? Wow. Aber, ich hab auch kein richtiges Bild und ich hab kein, ich hab kein, ähm, vieles nicht. Du brauchst keine Abo-Mails. Ich hab den Playstation nicht mal angeschlossen und so. Dann, Bruder, da brauchst du 10 Updates erstmal und so. Ja, das auch. Dann, gebt ihr auf, Sidney wollte auch mal wieder NBA spielen. Äh. Vielleicht irgendein, äh, Bild und dann fertig. Ja, Mann. Okay, Tamar, Bruder. Sein Herz, ja. Heide. Heide, mein Bruder. Ciao. VR-Horror? Ich kann das nicht einstellen mit diesem VR-Horror, sonst würde ich machen. Ich habe international heute wieder angefühlt in den und nach Monaten richtig als aufgemacht haben. Ich denke, ich habe ihn schon Playman in den Ich binТ Kong, mit Bestrafung. Na, Chat! Es ist ein so Es ist ein so Wollen wir Clash Royale zocken? Ist Bixby live? Ich hab Bock auf Clash Royale, oh Gott Ich hab Bock auf Clash Royale Aber zu früh Ey, ich kann VR nicht einstellen, Chat Sonst würde ich das direkt machen VR ist richtig schwer einzustellen, Digga Das ist eine richtige Krise, Chat Wirklich, es ist eine richtig, richtige Krise VR einzustellen Wann wollten die jetzt diese Bruch-Challenge machen? Montag? Weil sonst, wenn Montag keine Challenge ist, mache ich morgen eine kleine Challenge für mich Die Okay Ja, ich bin morgen beim Friseur-Chat Ähm Ähm Ich überlege jetzt offline zu gehen und später vielleicht online zu kommen Was sagt ihr, Chat? Natürlich sagt ihr, ne, bleib Aber ich glaube, ich komme später nochmal online Weil ich muss noch ein Video aufnehmen Ich muss wirklich noch ein Video aufnehmen Ja, mal gucken Ich bin später wahrscheinlich am Start Mal gucken, Chat, mal gucken Ich nehme noch ein Video auf Und ich versuche diese VR-Brille einzurichten Weil im Stream die einzurichten Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch Wirklich Ernst Aber ich danke euch für den Stream und für den Support Und später dann auch Clash Royale Doch, ich komme nochmal, Chat Entspannt euch Ich komme, ich komme, ich komme Wenn ihr menschlich enttäuscht werdet Und ich kommst Ich komme, Chat Ich komme Vielleicht Wieso denn später Lacher Lacher Wie seid ihr Lacher, sag ich 1 2 2 2 K 9 3 1 4